Schulden, Maulwulshügel oder Miesengebirge, zahlen Sie auch immer noch zu viel an Ihren Schulden ab, damit wir uns nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass Sie Ihre Schulden nicht zurückzahlen sollen. Aber es ist niemand damit gedient, wenn Sie die Rückzahlung Ihrer Schulden noch tiefer in die Misere drückt. Und was ist die Ursache für dieses Abrutschen? In der Regel mangelnde Transparenz. Transparenz über die Höhe Ihrer Schulden. Denn wie bei allen unangenehmen Themen in unserem Leben, neigen wir gerade beim Thema Schulden dazu, sie entweder zu ignorieren oder ganz bewusst kleinzudenken. Folge, Sie geben sich der Illusion hin, dass Ihre aktuellen Schulden nur einem Maulwulshügel entsprechen. In Wahrheit aber hat sich bereits ein Riesengebirge, oder sollten wir wirklich wieder sagen Miesengebirge, vor Ihnen aufgetürmt und Sie haben nur den Blick dafür verschlossen. Dass das in puncto Schuldenrückzahlung böse Folgen haben kann, darüber sind wir uns wohl einig. Und auch darüber, was Ihr einziger Ausweg aus dieser Unwissenheit ist. Sie müssen der Wahrheit über Ihre Schulden ins Gesicht ziehen. Sie müssen sich jederzeit darüber im Klaren sein, welche Verbindlichkeiten Sie bedienen müssen. Und vor allen Dingen darüber, welche finanziellen Spielräume Sie aktuell haben, um Ihre Schulden in Raten abzahlen zu können. Das aber ist gar nicht so einfach. Wenn Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben immer nur Pi mal Daumen berechnen, dann können Sie schlicht und ergreifend niemals zu eindeutig fundierten Zahlen kommen. Warum aber bedienen sich die meisten, vielleicht ja gerade auch Sie, überhaupt dieser unsicheren Schätzmethode? Die Antwort, das alles zu Fuß auszurechnen und infolgedessen auch Klarheit über die eigenen Schulden zu gewinnen, das ist den meisten viel zu viel und zu mühsam. Aber das muss gar nicht sein. Denn es gibt noch den Schuldenkalkulator für den PC. Mit dem Schuldenkalkulator nutzen Sie eine überaus praktische App für Ihren Rechner. Sobald Sie dieses Programm unter Windows ans Laufen gebracht haben, können Sie mit wenigen Mausklicks bzw. Tastendrücken Ihre aktuellen Einnahmen- und Ausgabensituationen in exakten Zahlen erfassen. Der Schuldenkalkulator errechnet Ihnen dann auf Euro und Cent, wie viel Spielraum Ihnen zur Rückzahlung Ihrer Schulden im Moment überhaupt zur Verfügung steht. Das schützt Sie davor, dass Sie bei der Schuldentilgung sich übernehmen. Ein weiteres wichtiges Highlight dieses Programms. Es bestimmt haargenau, wie es um Ihre gesamte persönliche fändungsfreie Grenze bestellt ist. Denn als Mensch mit Schulden werden Sie besonders von Gerichtsvollziehern gern über den Tisch gezogen. Diese Beamten knöpfen Ihnen nämlich mehr Geld ab, als Sie eigentlich dürfen. Und das nur, weil Sie, der Schuldner, über Ihre persönliche fändungsfreie Grenze nicht Bescheid wissen. Diese existenziell bedrohliche Wissenslücke wird der Schuldenkalkulator zuverlässig für Sie schließen. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher